Ich höre Menschen sagen, die Buchführung ist ein Buch mit sieben Siegeln. Sie zu öffnen soll nur den wenigsten gelingen. Das stimmt nicht. Mit etwas Konzentration lässt sich Buchführung ganz einfach erlernen. Hallo, mein Name ist Thomas Morgenhof. Ich werde Sie in diesem Kurs begleiten und Ihnen zeigen, dass Buchführung kein Buch mit sieben Siegeln ist. Buchführung ist ein System, das dazu beitragen soll, in kaufmännischen Angelegenheiten den Überblick zu behalten. Starten Sie diesen Kurs und Sie werden erleben, wie schnell diese Quelle der betrieblichen Steuerung von Ihnen verstanden wird. Als Rahmenszenario für diesen Kurs spielen wir die Viking IT Service Lack GmbH. Sie gehören zu den Mitarbeitenden in diesem Unternehmen. Von der Geschäftsleitung erhalten Sie den Auftrag, eine Filiale im Nachbarort Niebel aufzubauen. Bei wirtschaftlichem Erfolg ist geplant, die Filiale in ein Unternehmen mit eigener Rechtsform zu überführen. Daher wird in Ihrem Auftrag auch festgehalten, dass Sie bereits für die Filiale ein eigenständiges Rechnungswesen aufbauen sollen.